Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 4 Mit mir, Eddie Winkelmann Und ja, äh Ich Will hier weitermachen Mit Mega Man 4 Und wir sind stehen geblieben bei Dive Man Und ja, äh Hoppala Ja, da ist die Diveman Stage, ein Unterwasserlevel, U3D I don't care What the Der saugt mich gerade ein Alter Wie unfair ist der denn Und Äh, noch mal Schon viel besser Dann hier runter Und hier runter Okay Ah ja Okay Es gibt auch Rochen Dann geht das Wasser hoch Jetzt geht das Wasser hoch Och ne Okay Okay Also man kann den Wal Schnell besiegen Ich hab mal gehört Dass es sowas geben soll Und ich hab's gefunden Aber ich muss schon mal nicht von vorne anfangen Was hab ich denn jetzt Ich hab keine Ahnung was das ist Und deswegen werde ich es auch äh Äh Nicht Benutzen Oder nicht oft benutzen Wasch Mit den Torpedos Das ist echt unfair Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Geboten Unfair Einfach nur unfair Mehr hab ich dazu nicht zu sagen Außer dass das hier Spacken ist Ähm Das war ohne Worte Das war arschig Nicht verarscht Sondern arschig Das ist ein Egal Interessiert jetzt nicht was das Was dieses Wort Bedeutet Hoch hinaus Schnell Oh ja Perfekt Nicht ganz so perfekt Leben 1 Was muss ich noch benutzen? Farodrill, Ring, Dust Denk nach, denk nach, Drill Nur mal testen Ich tue dir nicht weh Alles klar Ring Wollte mich verarschen? Ich werde die Sache jetzt etwas lockerer angehen Denn es soll mir auch Spaß machen Deswegen spiele ich ja mega, man es soll Spaß machen Ah ja, der Spaß ist groß, der Spaß ist groß Der Spaß ist groß Und es reicht Und flieg Und flieg Ganz ehrlich, nee Ja, okay Im Moment könnte ich das doch gebrauchen Na toll Ich will, nee, ich will jetzt nochmal Ich kann schauen Schon besser Das, das nehm ich an Sonst nehm ich nix an, ne? Kann ja klicken Okay 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 Arsch Arsch naja ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Das ist doch realistisch, also bei Metroid da ist sie wenigstens etwas langsamer unter Wasser. Oh, noch ein Leben. Hoch hinaus. Okay. Mal gucken, wie das im normalen Stil klappt. Wer weiß. Naja. Hätte ich jetzt aufgepasst, dann wäre es sogar noch eine gute Runde gewesen. Ähm, wir haben aber... Wie viel Leben haben wir? Wie viele Leben haben wir? Ich will gucken, wie viele Leben ich habe. Ah, jetzt geht's. Drei Leben. Ein Energietank. Und volles Rohr. Äh, egal. Ähm, doch das war's für heute. Mein Name ist Eddie Winkmann. Das ist Let's Play Mega Man 4, denke ich. Aber wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt Dive Man. Ähm... ...hat seinen letzten Tauchgang... ...gemacht. ...getaucht. Ähm, und wir sehen mal weiter. Was ist los mit Dr. Cossack? Wer ist das? Äh, was will dieser Mann von Mega Man? Bis dahin! Ciao! ... ... ... ... ...